Ich zeig dir mal unseren Garten. Na, bist du zufrieden? Guck doch richtig. Ja, da kannst du bald spielen. Dankeschön dafür. Oh, bedankt er sich dafür. Oh, deine Brille ist dreckig. Das ist dein Garten. Guck mal, da ist der Garten. Guck mal, nächste Woche geht das los. Dann kannst du da spielen. Mit den anderen zusammen. Und mit der Mama. Und mit der Amara. Und mit der Wilma. Guckuck. Willst du nochmal gucken? Guck mal in den Garten rein. Da ist der Garten. Der guckt richtig. Hast du den Garten gesehen? Da ist der groß genug. Da wirst du dich aber wundern. Ich kriege noch mal ein Küsschen. Was ist da alles zu gucken? Geh noch mal ein Küsschen? Nicht mehr. Da ist da. 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 Vielen Dank.